Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boing und das ist Let's Play Among the Sleep Prolog Teil 2. So, wir müssen unsere Freunde einsammeln und gehen hier durch die verschiedenen Räume, ohne natürlich von der grauenhaften Figur mit den roten oder orangenen Augen, je nachdem, erwischt zu werden. Ja, ich war ein bisschen Angst, gleich in den Keller zu gehen, aber uns wird wohl nicht viel anderes übrig bleiben. Geh weg! Können wir hier was machen in dem Raum? Oh, hier ist ein, ist das ein Reiseticket? Gehen wir mal weiter. Ich glaube, hier waren wir schon. Der Raum ist noch zu. Das ist wieder unser Freund. Und wir wagen uns in den Keller. Hallo, Mr. Roboto. Was sind das für Flecken? Ja, ich komme ja schon. So, das Fenster machen wir mal fix so. Waschpulver. Ähm. Weichspüler. Zack. Bleibst du ruhig. Ja, ich rette dich. Wenn ich rausgefunden habe, wie ich da oben dran komme. Vermutlich hier mit. Wirklich grandiose Sound-Effekte. Na komm. Trau dich. Komm her. Kein Problem. Das ist ja wirklich gruselige. Gruselige Heizanlage hier. Ich würde es gerade wieder anmachen. Da oben ist was. Da oben ist was. Habt ihr das gesehen? Da war was. Mit gelben Augen. So, in welchem Raum müssen wir denn noch? Ich glaube... Ich glaube nach oben. Das ist ja wirklich richtig! Doof. Ei. Teacher. Zeichnung? Ist hier jetzt ein Fenster aufgegangen? Oh, die Tür ist zu. Oh. Oh. Hallo? Jemand da? Oh, hier ist kalt, ne? Das mach ich doch. Mach ich doch gleich mal das Fenster zu. Wo muss ich denn da hinten hoch? Da hoch? Ja, ne? Oder da hinten lang. Hier drüber komme ich nicht. Aber den kann ich auch nirgendwo anders hinstellen. Ganz schöne Kletterarbeit hier. So, ich komme ja schon. Alles gut. Nein! Oh je. Jetzt muss ich nach draußen. Und wir hören, wie Vater und Mutter sich streiten. Oh, ist das unser Vater? Ne, das war Mutter. Wir erinnern uns, Mutter hat ein kleines Problem mit dem Alkohol, mit Gewaltausbrüchen. Was ist das? Wo ist das? Das ist das? Oh, es ist das? Das ist das? Das ist das. Oh, es ist das? Und ich bin. So, jetzt alles gesperrt. Oh, jetzt nicht. Hier auch gesperrt. Wir trauen uns nach nach draußen. Da ist eine. Ist es hier? Ne, ist es weggelaufen. Warte. Brenn nicht so schnell. Ja, es ist kalt. Mir ist auch kalt. Hi. Da bist du ja. Komm her. Wer ist das? Aber mein, 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 mein Stofftierhase. Unserer Mutter ist das alles zu viel. Ja. Das war der zweite Teil des Prologs. Hm. Gut. Ein bisschen hat es noch was erklärt. Ja. Hat mir auch sehr gefallen. Viele schöne, ich sag mal, Schreckmomente dabei. Wenn es euch auch so gefallen hat wie mir. Unterstützt die Entwickler. Holt euch das Spiel. Und schenkt mir einen Daumen nach oben. Kommentiert fleißig. Und über ein Abo würde ich mich freuen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.